Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Deep Rock Galactic Hier mit eurem Zeibotchen Ja, und wir wollen wieder eine neue Mission nach Dunkelheit der Sicherheit Wenn ich jetzt hier rein gehe Berb 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 Boop Drop sequence initiating Boop 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 So, da wollen wir sehen, was wir nicht machen können. Frostbeast ist der Map-Starter. So, da wollen wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. So, da wollen wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. So, da wollen wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. Eine simple Mining Mission ist das. So, da wollen wir sehen, was wir sehen. So, da wollen wir sehen, was wir sehen. So, da wollen wir sehen. So, da wollen wir sehen, wie wir sehen. Tja, haben wir schon mal den Loot-Bug gelootet? Gewöhnliche Salz markiert, warum? Da wirst du gewöhnliche Salz Ich habe einen Platz, bereit zu nutzen Das war's Ich muss den Blossett in der Mille Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum rennst du weg mit dem Monkey? Was steht denn die Höhle? Die Höhle ist doch gerade leer! Was steht denn die Höhle? Ok, ich habe einen Plattform gemacht, ich habe einen Deposit. Ok, ich habe einen Plattform gemacht. Das ist so gut. Was ist das? 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 W volte Ich bin zu schlafen! Damn, Flares could need an upgrade! Guck mal, alle blöde haben wir. So. Jetzt sind wir eine Runde rumgerannt. Jetzt kommen wir auf die Karte. Okay, also hier geht's irgendwo ab. Hier ist der Abzweck, genau. Acapulco! Acapulco! Alles klar, und schon muss ich einmal hier ran. BAM! Noch ein, BAM! Give it to me! Ja, nicht 5! Hä? BAM! 4, 9, ja! 4, 10, ja! 收st. Smart kart! Wütter! Warte! 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 So, ich bin jetzt der Einziger, dann muss ich es ja verdoppeln Das war's für heute. Was gold? Was gold? Was gold? Donkey, komm her! Let's go! Was ist das? Hä? Warum ist er da? Ach, hier ist es gut. Da ist es gut. Das war's für heute. 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 But watch it. Das war's für heute. Move your ass. Das war's für heute. 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 Ja da 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 Ja da 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 Das war's für heute. so finde ich nicht merkbar oder was gehts hier, na endlich gut, feine Sachen na wo wollen wir lang Drop Pod is on the route 193 Meter ok, wir nehmen den langen Weg so 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 Where are we? Spiel war schneller als ich Mully Wir haben Megle verloren Wann haben wir denn Megle verloren? Ich hab schon ja nicht aufgepackt Wir haben Megle verloren Ganz unten 16.000 xp Sehr schön Direkt Level 8 Boom Megle hat direkt aufgeführt Direkt auf Boom Ami Vielen Dank für's Zuschauen 45 Sekunden? 45 Sekunden 45 Sekunden hat das ganze gedauert hier Wir sehen uns beim nächsten Mal Euer Xavottchen Reingehauen